Wie schaut's aus? Alle haben Angst vorm schlimmen Krisenwetter. Denkst du, 2023 ist seitwärts? 2023 müsste eigentlich der Wendepunkt sein. Es wäre gut, wenn es seitwärts wäre tatsächlich, denn erstmal brauchen wir einen soliden Boden, bevor wir wirklich einen bullischen Markt sehen können. Fakt ist für mich, 2023 wird für die Realwirtschaft sehr, sehr herausfordernd, weil diese ganzen Effekte von Inflation, von dem Arbeitsmarkt, der sich eben jetzt noch schlechter entwickelt, man sieht an den Unternehmenszahlen gerade, das ist alles sehr nachgelagert, auch die höheren Zinsen. Das sind alles nachgelagerte Prozesse, die wir 2023 noch in voller Entfaltung sehen. Wie der Finanzmarkt, der sechs Monate oder mehr im Voraus versucht einzupreisen, zu planen, hier natürlich auch schon jetzt für sich ein bisschen kalkuliert. Das heißt, den Boden werden wir entsprechend früher sehen. Heißt, 2023 ist für mich der wahrscheinliche Boden erreicht, unter der Annahme, es gibt keine weiteren überraschenden Eskalationen, Krisen oder vielleicht sogar noch weitere geopolitische Aktionen, wie zum Beispiel China, Taiwan oder eine Verschlimmerung der Krise zwischen Russland und der Ukraine. Also das sind alles Unklarheiten, die wir nicht wissen, aber deswegen glaube ich, 2023 kann ein kleiner Wendepunkt werden, mit vielleicht leicht steigender Tendenz, aber einer soliden Bodenbildung, die dann schon erstmal eine Zeit lang seitwärts läuft.